Bauen kann man nicht, gell? Peter, du hast eine Woche. Warte, für den Anschiss kriegst du eine neue und das 23 Mal. Wieviel sind wir gegen den Halt, oder was? Ja, ja, ja. Wer zuerst 23 Kills hat, frag mal. Das haben wir schon wieder gespielt. Es müssen Grasen gehen. Und das ist in der Arena. Ah ja, what the heck? Wollt ihr nicht bauen? Nein. 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 Ich glaube, wir stehen da oben in einer Pistler. Mhm. Ja, da oben in der Kirche. Machst du Arsch, oder? Hey, Arsch! Hey, der steht ab, mein Kilo. Das ist ein Frecher. Ja, was soll dafür, wenn du da oben direkt neben mir setzt? Ich weiß sie. Die kommen da oben. Er hat einen Papp. Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Hellen, nein. Ich weiß nicht mehr. Den verhinderten, verbunden. Für mehrer Strahler. Hey, wo muss ich die Räder? Hä? Wo muss ich die Räder? Das ist ein Gras. Was ist das? Ah, was ich? Das ist das. Ich muss mich auf die Räder! Ah, was ich? Wo ist der Robin hier? Der ist gar nicht rein mehr. Das guckt der Strohjuma. Ja, ich hab den raus mitgepft. Ja, ist das so? Wer hat das jetzt? Ich hab den Klingel angeschaut. Ich will die Scheiß-Waffen loswerden, das ist ein Dreck. Robin, Robin ist weg. Robin! Ich will die Arsch noch Waffen loswerden. Aber ich bin den Raketenwerfen losgeworden. Der Raketenwerfen ist das Schlimmste überhaupt. Wohl. Das ist urgeschnitten. Ey, Scheiß-Robin, du machst... Ich bin der Robin. Wie ist der Arsch da? Müde Abo für an den Zeitraum. Jetzt ist der Robin hinter mir. Ja. Wie ist Rotpunkt quer loswerden. Kann ich keinen Nachkampf machen. Oder wärs. Oder? Ne? Da ist er, wie er denkt? Ja. Ist der? Was muss ich denn suchen? Was ist denn da? Ah, mein Rotpunkt-Kasant. Häng am scheiß Rotpunkt-Bär. Endlich! Endlich finde ich den Motto! Der Reket, der fragt ewig zum Nachlohnen. Das ist ein Scheiß-Wofen. Wie? Was hält ich jetzt? Feindbarung. Ich habe den Motto, ich habe den Motto. Ich habe den Motto, ich habe den Motto! Ich habe den Motto, ich will den Motto. 300. Das ist ein Scheiß-Wofen. Das ist ein Scheiß-Wofen. Die Kugeln! Ich bin alle gefallen. Ich muss mich immer komplett um die ganze Map rein, bis ich mal zu Hause... Du bist ein Scheiß-Wofen! Puh! Puh! Ah! Hör, hör, hör! Hör, hör! Ich habe den Motto, ich hatte den Tor übernommen, da? Komm, ich spiel. Ich habe den Schlenz-Förer. Ich ПосМ ben, ich habe den Risen-Wofen. Ich arbeite den Kugeln med. Nein. Daher kommt die FEs gegen mich. Fahrgauf? Va, besser! nicht? Immer verdad? Oh ne? ... Irgendwurde Er ist ein 6 Kaliber wer Das ist scheiße Wow bin ich Ahh da geht das auf die Brille Ach du Scheuer Ja da fies Urschmal Kein Bombs war einfach Scheisse, ich hab mir den 3x Kaliber genommen. Der hat zu den 3x Kaliber, scheiße. Ach Gott, das bin ich nervös. Gehör bitte! Gehör! Oh, das ist mir wirklich ein Feuerball. Das wäre ja nicht ein Warsches. Geht's mal reingelaufen. Nein! Gehör drüber. Puh, okay, das bin ich schon mal nicht los, das 3x Kaliber. Du brauchst so langsam nachladen, den Waffen, Alter. Den Gugan, oder wie heißt denn der da mit Schleim? Der ist bei so einem Schleimwerfer. Der ist jetzt was behindert zuerst, Alter, ich sag's ja süß. Der ist schon wieder hinten. 314 nachladen. Was ist das, Alter? Wo bin ich da abballern? Nein! Ich krieg's nicht! Ja, nein, nein, nein! Uh! Du bist hier! Guten Tag! Ich hab eine AP gehabt! Eine AP! Jetzt muss ich das Jogtgewehr durch. Wer steht da? Robin! Ich bin eigentlich mit dem Gras gerannt. Genau. Das ist das Jogtgewehr. Gehen wir jetzt schon vorne. Ich hab's nicht gehört. Ah, mit dem Milochtdruck kriegst du gar nichts hin! Auf, ich hab's nicht gehört. Ha 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 ha! Ah ah! Ha ha ha! Ha ha ha! Der fackt eh! Was auch immer noch an der Schlumbert! Ich bin ja genau am Seite, oder ich kann es nicht essen. Ich komme nicht einmal weiter mit der scheiß Waffe. Schottes Arschloch! Fick dich! Wo jetzt? Links oder rechts? Ich weiß nicht, was du bist. Bist du komplett auf der anderen Seite? Nein, der Robin ist auch hinter mir irgendwo. Der Robin, lass dich reden! Nein, ich bin in den Scheißloch. Ich trieb dich nicht. Sieh dich doch nicht mehr auf der anderen Seite! Das ist gut. Nix ist. Au, au, au! Das ist tot, das ist es! Das ist keine Länge gekommen. Ich habe auch noch kommen, nehm. Das ist tot, das ist tot! Da! Da! Uff! Du bist nicht sicher, ich bin da. Geht's, ich bin da. Neue, Mann! Geht's, der, Loos. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Die Situation ist richtig, denn ich auch klasse Ah, er tötet Schweißer Jäger Schweißer Jäger Ah, stank Ah, schau Der starb für den Kilo, oder? Ich weiß, was ich nicht so lieber losgehebten Oh, Pega! Ich bin der Punkt jetzt nicht Nein, ich breite nichts von dir, oder? Ich will mich nicht übertreiben Fuck, ich will mich Ah, Gott sei Dank, oder? Jürgen, es wird noch schlimmer, es jagt gewählt Es jagt mich wieder Jetzt werde ich in der Zeit Oh, ich bin durch Färbomb und Joggedewehr Das ist ein Scheißer Bleib steh, Robin Bleib auf die Tür Ich bin in den Joggedewehr Unter Beder steady sammend sarà Färbomb und Joggedewehr gegen mich Komm nicht Höfe Was ist das? Was ist das? Ah, Klausgott. Warte, du jüngle so far. Verdammt, das ist ja so. Ah, 6 an der B. Da, OZG, wir spielen. Du fahr das fläch. Du fahr das fläch. Es gibt's ja nicht! Bleib scheinbar! Wurde rein! Es gibt's ja nicht. Du büsst doch den Basen nicht ruhig. Warte, ich brauche Spannsgatt und mach' noch mal jüngst. Warte. Und Pubern! Der rodert einfach über den Basen. GG! Der ist wies.